hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder auf die hat nach dem ticket und heute habe ich das spiel dragon scapes adventure und dann habe ich das spielstand ist auch da also let's go naja erst warten bis er hier fertig ist eine energie okay 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 gut dann werden wir jetzt die aufgabe wir waren letztens stehen geblieben da haben wir hinten das honig dingens frei gemacht wo ist das hier gold sägespäne und da auch etwas auch hier mehr bananenbäume ok und da gibt es sehr viele bananen heute ok das geht nicht naja lassen wir erstmal die drachener weitermachen wir kümmern uns um die wichtigen sachen wie den roten punkt vollständig vollständig da habe ich hier aufgaben mais und mehl und aber hier zuckerrohr hier machen wir mais rein und hier kommt hafer war das hafer jetzt haben wir den fertig ok mais dauert noch das dauert auch noch eine chipstüte ok ok chipsstüte machen der braucht noch maismehl oder sie ist ja eine frau da maismehl hm ist schon wieder so wenig mais hm schon wieder so wenig mais ist ja schon fertig das ging aber schnell dann nochmal probieren maismehl jawohl jawohl oh jetzt erfüllt hier hafer weizen die maischips sind gleich fertig und ich brauchte zweimal maismehl gut 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 und der nächste fertig zack 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 und hier wann sind die ach die sind auch schon fertig zubi das geht halt richtig fax 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 fix schnell wie was wo ah weißmehl ich warte nur noch auf maismehl hier auf die tüte chips oh das dauert aber noch maismehl ach das dauert ja noch länger na gut dann schauen wir mal was ist mit denen da willst du nicht arbeiten ah hier das wollte ich aufbauen Quarz und Holzspäne also brauchen einmal Quarz Quarz und einmal Holzspäne 10 Minuten 10 Minuten ok das geht aber das dauert lange 10 Minuten Holzspäne mhm was ist das hier das ein Buch freigeschaltet und das haben wir freigeschaltet zwei Steine und das könnte man noch machen und das könnte man noch machen aber anscheinlich aber anscheinlich mehr Angebote und der auch fertig und der noch mal nochmal so oh der ist auch schon fertig mein Bambus ist mein Zuckerrohr Zuckerrohr gut ha 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 meine Energie ist ja schon weg was soll ich denn jetzt noch machen ok so habe es das ist das ist verdammt gut das ist es das Okay, ich habe ein Diamant. Sind die 10 Minuten schon vorbei? Ich habe noch nichts gemacht und schon ganz energie weg. Ah, jetzt sind sie 10 Minuten vorbei. Ich kann noch mal kurz schauen nach der Insel. Okay. Hm. Hm. Kombinieren. Oh, ich habe einen neuen Drachen. Okay. 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 Fliegt er nach Hause? Ja, der nächste Drache. Ach, wie schön. Ich kann wirklich nichts mehr machen. Das finde ich traurig. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Some Petri's Day. Hey. Müssen wir uns grün am Mahlen. Okay. Okay. 2 sahne ausgekramt schon wieder 0 es geht hier ein bisschen schneller irgendwie ernte dreimal, krass ich seh hier kein Gras ok ich muss einen Apfelkuchen machen dann gehen wir zurück zur Heimatinsel Quarz und Holz, also Holz muss ich schon fertig sein, ok der ist fertig also ich brauche zweimal Apfelchips 1, 2 und der Quarz ist fertig Holz auch gleich, das ist gut was habe ich hier noch Holzspäne tadaa supi level up ok jetzt habe ich auch wieder Energie wir müssen einen Apfelkuchen machen und folge uns ja ja, machen wir einfach mal ich habe doch schon 3 Schilbestellungen beendet ein Brot und ein Brot und ein Brot oh die sind noch ja ja heute wird es wirklich nur ein Erntespiel und ein Brotkuchen und ein Brotkuchen und ein Brotkuchen ich muss ein Ausdauer bezahlen, ok ok gut 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 Hmm, 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 hmm. Ich schaue nochmal auf der Insel, vielleicht kriegen wir die ja jetzt komplett fertig. Was muss die machen, um die Tür aufzumachen? Ich glaube, Grasbüche vorweg nehmen, ne? Okay, doch nicht die Grasbüsche wegnehmen, kann ich trotzdem, glaube ich, machen. Ach, geht gar nicht. Nehm ich den roten Fuchs. Geht gar auch nicht, kann nur lieber nehmen. Red Duck. Einmal gerade ist der Name. Okay, jetzt heiße ich Red Duck. Gut. Ach, da bin ich doch. Noch 13 Tage. Ich muss hier drei Grasbüsche wegmachen. Ich sehe hier keine Grasbüsche. Gut, das war's schon wieder. Jetzt haben wir schon mal angeschaut. Dann gehen wir zurück zur Hauptbasis. Schauen wir, was ich da machen kann. Für das nächste Mal schon mal vorbereiten. Und dann war's das auch schon heute. So, da. Jetzt fangen wir mal an mit dem Mais hier. Karotten haben wir noch nicht. Okay. Schauen wir mal. Du brauchst fünf Weizen. Ich kann hier erstmal nur eins gehen. Was bedeutet das? Ach so, ist Bonus. Du brauchst ein Brot. Du brauchst ein Brot. Geht grad nicht. Da bin ich grad noch bei. Geht grad nicht. Drei Kuchen. Ah, okay. Gut. Dann sind wir jetzt alle beschäftigt. Oh nicht. Reicht nicht. Schade. Hier brauch ich auch erstmal nichts. Wollen wir hier bei den Dingens nachschauen. Aber eine Palme. Zwei Palme. Ach, das Baumhaus. Das war doch hier. Holz. Holz. Mais. Und Zorn. Einmal Holz brauche ich. Okay, dafür brauche ich Quarzsand. Ach, auch zweimal. Also brauche ich viel Quarzsand. Na gut. Da brauche ich noch einen Drachen für. Gut, dann bin ich für heute fertig. Ja. Dann bin ich für heute fertig. Ich werde mich nochmal hier verabschieden. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen euch beiden. Die anderen schlafen da ja schön. Ah, guck mal da. Wir können mal kurz das Feld bestellen. Bestellen bestücken. Ich glaube das heißt bestellen. Und zack. Fertig. Und dann abmelden. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Also. Bye.